Speichern! Sehr schön! Wir kommen hier auch nirgendwo rein Oh, da läuft Patrouille Ach du Scheiße Yes! Speichern! Oh, geil! Ähm Wirklich, Geri, was macht ihr denn da? Es ist Tarnung! Sagt bloß, ihr glaubt tatsächlich, dass sie an den Wagen vorbeikommt, indem ihr... Ja, geil! Manchmal frage ich mich, wie er auf solche Schnapsideen kommt Wie schön! Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur Aber sagt nicht, ich hatte euch nicht gewarnt Entschuldigung Wie geil! Das ist eine Kiste Ah, okay, Mist! Ah, Mist! Hä? Ah, Mist! Hä? Nein, okay Nein, okay Stinknormal laufende Kiste Boah Okay Ich würde gerne wissen, was da oben ist Ah, das gibt's nicht! Duft, dass es keine Karte gibt Boah, da bewegt sie dich ein Millimeter, weißt du! Ich bin die Kiste! Ich bin die Kiste! Alles gut! Kann ich da vorweg hirn? Vor den Leuten? Weiß ich mich gerade? Nee, okay, da wird meine Steuerung blockiert Alles klar Ähm Also, es gibt einen Radius Oh, da willst du dich einen Millimeter bewegen! Beeeee Das schreit ich mich gerade ein bisschen auf, ne? Ok, da unten war ein Speicherpunkt was ich hasse durch so platz schnitz dem da hinterher von wissen was da oben ist ok komm verpinkel dich mal ich beweg'n ok den kann ich da nicht weglocken ich beiß gleich ans mikro wird der alles ein bisschen dumpfer ist mir egal so wir warten bis er da weg ist bülülülü ich bin weg bülülülü bülülül 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 bülül Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen Okay Oh, okay Ah, alles klar, wenn die am Schlagen sind Ist ihnen das egal Kann ich den Helm nicht nehmen? Och, Mann Okay, ist gespeichert Hmm, Gold Hi, Leute Hier, da pennt einer Ich glaube, an den Gold kommen wir eh nicht ran Also von daher Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen Aber das hat nichts zu bedeuten Ohne die Parole gibt es kein Entkommen Ich hatte den perfekten Plan Ich gebe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken Tötivieren lassen Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen Okay Okay Kling Idiot So, er geht Patrouille Ist scheißegal Komm da durch Komm da durch Okay Na gut Ich gebe es zu Ihr hattet recht, was die Kiste angeht Am Ende war die Idee doch gut Aha, cool Aber Wie konnte ich wissen, dass die Soldaten dermaßen Dermaßen Fiktiv? Nein, das ist nicht das, nach dem ich suchte Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken Die sich direkt vor ihrer Nase bewegt Wie auch immer Gute Arbeit Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird Ah Glück gehabt Ah, okay Ah Von da unten haben wir angefangen Wir mussten einmal ganz rum Ah, speichern Ähm Moin Jungs Okay, der pinnt Wie ging dieses Lied noch gleich? Hm Ach ja Peter Robert bricht auf Gehen Westen Peter Robert gehört zu den Besten Das Ende weiß ich nicht mehr Äh Tano Okay Gehört zu den Besten Geh auf Zuck ihn Westen Psch Okay, mit dem können wir nicht quatschen Ah, wenn wir F Wenn ich F drücke, dann guckt er sozusagen um die Ecke Ist cool Die Magi verwenden ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht What Oh Hey Kumpel Puh Nach einer Meile Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli drin vorkommt Was Brokkoli Natürlich Okay, getarnt Brokkoli So Ah ne, Mist Nein Ach verdammt Okay Nochmal dran vorbei Dem haben wir ja schon gequatscht Okay So Kollege, wann kommt's noch? Da Kuh Idiot. Flups. Misstraue dunkle Gassen. Cool. Hier riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangene mehr? Speicherhahn. Hey, Kollege. Na gut, der bläst ein bisschen Trübsal. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Okay. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Äh, ja. Äh. Bokkuli. Ritter Robert in dem Lied. Gehört zu dem Besten. Wenn ich bis C, I, V zähle, erhalte ich? Äh. C ist 100. 104. Das ist römisch. 104. Wer ist hier Schicksal wählt ihr? Äh. Äh. Hunger? Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Ach, verdammt. Okay. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ah, okay. Ja. Brokkoli. Äh. Gehört zu dem Besten. 104. Äh. Es ist entweder Hunger oder Tod. Ich würde sagen, Tod. Ja. Äh. Nur mal so. So. Ah, alles klar. Komisch. Wir dürfen passieren. Aber er greift uns trotzdem noch an. Okay. Können wir da längs? Ach, du Scheiße. Nein. Ah. Hallo Wein. Juhu. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Gut. Da müssen wir da lang. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Ich bin ein Soldat. Ein lincher Soldat. Okay. Nein. Verdammt. Gut. Nochmal. Halb. Okay. Puh. Kann ich mir nicht den Helm da aufsetzen? Bitte. Okay. Puckstas. Nicht um den. Nein. Oh. Nein. Ach so. Ah. Da war ein Tor. Mhm. Ich dussel. Nein. Oh. Das gibt's nicht. Arsch. So. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh. Endlich. Intellige. Moin. Komisch, dass sie nicht mit Taschenlammen oder sowas rumrennen. Können wir hier was essen? Oder schlafen? Du. Hier ist nichts. Ich kann noch nicht da zur Seite gucken. Okay. Boah. Was soll denn das? Okay. Dann warte ich jetzt mal, bis der Typ an mir vorbei ist. Ausreichend Abstand. Kann ich hier irgendwas in der Kiste? Och Mann. Ich glaube ja mal da geht's raus, oder? Ich glaube ja mal da geht's. 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 Vielen Dank.